Dortmund ist im Vergleich zu Berlin ein bisschen kleiner und wir werden die Stadt prägen. Also der Kirchentag, wenn wir dort zu Gast sind, dann füllt das die ganze Innenstadt und auch die Außenbezirke. Und ich denke, wir werden auf jedem Platz, in jeder Kirche und auch in jedem Park, von dem wir auch einige haben, zu Gast sein. Untertitelung des ZDF, 2020